Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von XPO. Wir sind auf Erkundungstour und machen jetzt gleich den Dungeon im Boss fertig. Mit dabei sind Bubana, Fabi, Lyskario, Patrick und Carsten. Hallo. Hi. Hi. Kann mir einer helfen? Hi. Nein. Ich wollte eigentlich erstmal eine Stärkerbox abbauen, aber dadurch platziert ist, kann ich dir das nicht abbauen. Ja, dann helf mir mal. Ich bin am Boden zerstört, Leute. Du siehst doch meinen Namen. Und ich habe überall Türen platziert. Ich bin am Boden zerstört. Da ercheatet man sich. So schön, besser als Kumpel zerstört. Ja, warte, ich komme zurück. Da ercheatet man sich einen Brusthalsch. Bin jetzt hier wieder am Anfang. Mit Schutz 5 und Explosionschutz 3. Was bist du denn? Dann ist er einfach weg. Wie bist du da hingekommen? Ich suche jetzt weiter. Ich werde zwar wieder sterben, aber ey, Patrick, hol mein Zeug. Ich suche jetzt einfach weiter. Ich sterbe, Sekunde. Was soll, du bist gleich da oben? Zieh den Kapper hier, nice. Das Kapper kannst du weglassen, Nala. Ich sehe, hier. Hi. Hi. Kannst du mir auch eine Türen machen? Ja. Ja, mach mal schnell. Nice. Hm. Wo ist denn der Boss jetzt? Ja, hier oben. Wie meine Sekunde, ich bin gerade am heilen. Mein armes Zeug, Alter. Hä? Kein Pfeil mehr. Hast du noch einen Pfeil für mich? Auci, Papa, auci. Hinter dir. Da, an der Decke. So, Momedals, wieso ist er eigentlich? Ist er gerade hier ein Scheiß? Komm, lass mal den Boss jetzt töten. Ja, da kommt noch Patrick gerade oder so. Keine Ahnung. Ist hier ein Name? Äh. Grüß. Kommt doch irgendwas rum. Oh mein Gott, was war denn das jetzt? Ah. Was find'n da hier rum? Ja, der ist ja nicht. Okay, komm hier lang. Mach mal Türen da höher. Guck's weg hier. Dann hier durch. Mach mal Türen. Ja, hier sind schon Türen. So. Ich baue mir diese Steine, die sind cool. Wenn ich schon mein Haar nicht verloren hab. Komm her. Ach nee, da ist aber ein Vieh. Ja. Ich baue mir das, was ich hab. Ciao. Ciao. Du hast ein Vieh. Uff. Hey, das ist nicht der Boss. Doch. Nein. Aha. Hier war ein Prank. Er ist hier. Er flüchtet. Oh mein Gott. Geh mehr Luft. Es ist in dem Moment, kommt Robana hoch. Ich mach zurück. Die machen mich sonst fertig. Ja, mich auch gerade. Ich mach uns mal mehr Türen, ne? Alter, wie langsam baue ich denn ab? Mach mal noch hier einer rein, bitte. Du kannst nichts abbauen, ne? Ist dir schon bewusst? Gar nichts? Nein. Boah, ich hasse mich. Ah, so geht's auch. Ich auch. Wir hassen dich. Ja, danke schön. Hab ich auch verdient. Oh, nice, meine... Ja, sag doch was. Wie atmet ihr unter Wasser eigentlich? Türen. Ah. Wenn ihr schwimmen geht, nehmt auch einfach immer eine Tür mit. Dann könnt ihr unter Wasser atmen. Achso. Ist das ein Endgegner oder ist das einfach nur ein schwacher Gegner? Es ist... So. Ja, wohl du dann nicht abbauen kannst. Ja, der ist auch hier direkt. Ja, der hat... So, dann geh ich nochmal runter. Und sag mal hallo. Oh, nee. Das sind ja urviele durchgelegt. Ups, das tut weh. Oh, mega. Damage. Ah, ich sehe den Boss durch die Wand glitschen. Dann machen die so viel Damage, Alter. Ja, der glitscht hier so rum. Der Stuntmailber eine gestorben. Gone wrong heißt das. Warte. Party, ich helf dir. Lass mich dein Boot abbauen. Gib lieber deinen Hanisch wieder. Ja. Suchst du mit? Nein. Ich hab dir schon deinen Rest gegeben. Ja, ja, ja. Moment. Und sie ist hier einfach durch mit Türen. Ja, okay. Reicht mir jetzt. Hast du den Hanisch behalten? Uff. Nice. Okay, jetzt meinst du den Hanisch behalten, Party? Oh mein Gott. Wie scharf macht der die? Das einzige, was ich noch von dir habe, ist ganz viel Mossy-Kommisch. Bruder, Mossy-Kommisch. Alter, wie viele Strahlen macht der denn, Alter? Ja, ja, von hinten. So, die anderen nachher. Ach, das ist halt die absolute Katastrophe hier. Obba-Ana spielt das neue Skyblock. Waterblock. Ja. Ach, schön. Hallo, Freunde. Hallo, Freunde. Meine Chance. Oh, schade. Hallo. Chance vertan. Aua. Die One-Hit-Shift-Hand einfach wieder schön runter. Woo. Geh weg. Ja, wenn die hier in der Nähe sind. Muss von den Türen ausschießen. Hä? Ich schieße einfach von hier oben. Aber die machen so mega damage. Das ist echt unglaublich. Meine Punkte. Da wäre ich beinahe gestorben. Carsten. Ja. Kannst du mir vielleicht dann nach der Aufnahme oder halt auch in der Aufnahme. Hm? Du hast ja immer so viele Level und so. Kannst du mir vielleicht eine neue Brust machen? Ich habe richtig viele Level. Nein, ich habe alles ausgegeben. Ich jetzt. Muss er. Ja, egal. Er ist tot. Er ist tot. Mein Schwamm. Platzier mal. Kannst du wieder trocken. Der ist schon nass. Wie lange geht noch der Effekt? Keine Ahnung. Was sieht man das eigentlich in der neuen Vision, Alter? Du musst das Buch wegmachen. Welches Buch, hä? Geh mal zur Seite, Fabi, ich sterbe. Ja, Stirb, Alter. Meine Punkte. Hä? Wie mache ich denn das Buch weg? Im Inventar ist es. Ah, lol. Äh, Bobana, du stirbst gleich. 3 Minuten 30, habe ich noch. Was war das hier jetzt, Alter? Ich habe noch eine Minute 42. Ja, bauen wir mal meine Schalkerbotspitalberwerfer, die die Zunge. Okay. Nehm dir bitte mein Zeug wieder auf. Danke für das Essen, Chris, Karo. Ja, ja, aber nimm bitte mein Diamantzeug wieder auf. Ey, ich zuck gleich aus. Ich zuck gleich auf. Zug aus, Amka. Oh, du. Ich trolli gleich aus. Könnt ihr das Gold cast? Ich habe nur das Schwert gerade. Pass auf. Wir machen das so. Ich logge aus, weil ich habe keinen Bock mehr. Du nimmst mir das bitte mit in die Stadt und legst es einfach in eine meiner Truhen. Ne, wie wäre es mit Namen? Actually, Rage quit. Ja, ohne Spaß, ich gehe jetzt raus. Aber warte davor, einfach weil ich gerade... Ich springe jetzt einfach immer noch drei Mal in den Tod. Einfach weil ich kann nicht. Hast du da eine gute Zahl oder was? Ich will dann die 20er haben, ja. Let's go. Let's go, Listerio. Hallo, Masterion. Moin. Hast du noch meinen Fatigue? Oh, wir hatten Milch mit. Warte. 1,25 habe ich es. Ach, du bist, ich will das jetzt nicht... Das ist jetzt nicht, oder? Also, ich habe ein bisschen von deinem Bier erzeugt, nur den Rest halt nicht. Mein Joke, Leute. Mein Joke, chillere Base. Ich habe... Es gibt noch einen Boss irgendwo. Ja, es gibt drei insgesamt, glaube ich. Just a prank, bro. So, gibt es nicht immer drei Bosse? Ja, wow, ja, mein Gott. Ich glaube, ganz oben ist auch noch einer. Ja, okay. Weitersuchen, Freunde der Sonne. Welche YouTuber sagt mir mal Freunde der Sonne? Es ist diese... Auf jeden Fall ist das eine Frau. Aha. Die sieht asiatisch aus, keine Ahnung. Ah, MyLab, genau. Was für ein Ding? Hey, MyLab, bester Kanal, ja. Was für ein Ding? Dein Labor? Okay. Ähm, yo. Ich bin raus. Sayo. Ich bin raus. Dankeschön, war super. Tschüss, Liscario, bis zur nächsten Staffel. Ich tue aus, jo. Bis ein, Liscario. Hä, zur nächsten Staffel? Ich will noch den Ender Dragon machen. Oh mein Gott, was gibt's? Da sind so viele. Ja, pass auf. Ich glaube, wir können es nicht gerade den Schein gefunden. Tschüss. Tschüss. Sehen. Aus. Ja, Spau, aber mehr Türen. Ab hier. In der Ecke geht's auch noch. Ja, wow, Alter. Oh mein Gott. Das klingt nicht. Können wir uns eigentlich auch mal einen Raum bauen. Hör mal, was ich gerade hier mache. Genügt doch, oder? Mach einen Ofen und pack deinen Schwamm da. Geht damit. Dann kann ich den aber nicht wieder abbauen danach. Ja, nicht? Nein. Ich hab meinen Fatigue. Genauso wie du. Achso, ja. Stimmt, du. So, jetzt. Zugriff. FBI, open up. Man kann doch nur einmal schlagen, sonst stirbst du, ne? Stimmt doch gar nicht. Ist so. Ich mach hier hinter auch noch Türen. Wenn ich mal nach oben komme. Das war der falsche Fisch. Ja, Fabi, geh doch weg. Break damage. Boah, meine Rüstung ist ja im Arsch. So, jetzt. Go, go, go. Die kreuzen, die strahlen. Mehr Energie. Das macht glaube ich sogar mehr Damage. Oder? Ja, die Farben sind da irgendwie... Weißt du was? Vor allen Dingen, kein Damage macht ihr. Doch. Du darfst dich halt keine fünf Sekunden aufhalten, sonst soll ich lächeln die dich einfach. Warte, ich mach outstanding moves. Modern Problems require outstanding solutions. Okay, ich hab hier ein paar Blöcke hin platziert, dass ihr euch dahinter verstecken könnt, ne? Yay. Einer ist tot. Wie, einer ist tot? Einer ist tot. Ey, wieso kann ich denn nicht... Uuuuh. Ich konnte ja auch nicht hinten grad. Alter, wenn die mich getroffen hätten, dann wäre ich jetzt sie tot. Bist du jetzt hin, Kass? Schumana, tu's nicht. Au, au. Guts Regen. Lass mir eine Rüstung in Ruhe. Ich hab hier unten auch noch zum Platzieren, ne? Der Bruder muss ganz schnell Tür platzieren. Oi. Komm hier rein. Ah, Bruder braucht Floß. Pass auf, Gassen. Mein Bogen ist gleich kaputt. Uff. Man schaut halt eine Sekunde raus. Oh mein Gott. Der Block hier halt auch noch, ey. Brauch Luft? Ja. Alter, wie viele da sind. Pass auf, sie kommen hier rein. Tschüss. Ja, mach kaputt, Junge. Mach ich kaputt, Junge. Tschüss. Wie viele da einfach sind, Alter. Ja. Bruder muss richtig los. Bo ist gleich kaputt. Da ist der Boss, da ist der Boss. Da geht Kass. Den habe ich auch schon gesehen. Der ist hier, irgendwo. Jetzt, jetzt machen wir fertig. Go, go, go. Ey, wenn sie stirbt, ist es denn überhaupt. Ich merke's. Ich hab'n Boss gefüllt. Nice. Wo war einer? Hab'n? Ja, ich hab'n geschlecht. Tschüss. Nimm meine Sachen. Meine Punkte. Ist doch gar nicht tot und so. Pass auf, die sind hier in der Base. Ey, wir haben doch jetzt. Wie viele Minuten habt ihr? 440. Eine Minute. Vor allen Dingen, die Sounds, wenn es schon so zerstört bei mir, ist es richtig krass. Okay, man darf trotzdem immer noch nicht rausgehen. Ja, jetzt müssen wir jetzt einfach nur schnell hier hoch, ne? Und Shane, go, 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 go. Also, ich hab' noch drei TNT, ne? Kannst du den echt zünden, ne? Mhm. So, jetzt müssen wir in den Gold raumen. wieder. Ja, den sprengen wir. Warum sagen die eigentlich, makes me funny? Must be funny. Echt? Wo war die Tür? Karsten, platzieren wir bitte in die Tür. Ich sterbe sonst. Uff. Danke. Wenn das funktionieren würde im echten Leben. Geh rein, Karsten. Ja chill, Alter. Du machst immer so Instant Panik. Eben bin ich ertrunken. Oder wenn Viech keiner... Ja, reich, mach's dir. Der Typ hier googelt gerade sehr extrem. Googelt? Googelt. Weißt du, wo wem bist, Karsten? Nein. Planet hat dich verdorben. Ich hab echt keine Ahnung, ne? Also du... Krass wie. Ist ja das schön. Achso, ich kann abbauen. Hier, komm durch. Ah ja, hier, 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 hier. Ja, okay. Ja, wo denn? Was hat Zombies, Alter? Wer hat sich so'n Scheiß ausgedacht? Ja, andere Richtung, Fabi. Hier. 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 Warte, ich muss das Luft rum. Da oben, ne? Okay, warte. Ich wäre bei einer Echt gestorben, um dich zu retten. Und jetzt hier rüber? Womit wir wieder bei dem Problem wären. Alter, Bobane, du Uff. 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 Bau Bobane ein. Ich hoffe, er hat noch Mining Fatigue. Ja, hat er noch. Los, den bauen wir ein, ja? TNT rein. Den bauen wir jetzt erstmal ein. TNT rein, ne? Mein Gold. Ey. Da ist es. Ich spreng's gleich weg. Wenn ihr nicht alle zur Seite geht. Ich drohe euch hier. Ey, ich krieg damage, hör mal auf. Das ist ne ernste Drohung hier, ne? Ey, wer sammelt das Gold auf? Ich noch nicht. Uhhh. Ey, geht mal weg, man. Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Ja, wasse. Ouf. Ich war weg, ey. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, ihr werfen, wie er? Es ist hier woanders, woanders, woanders! das ist jetzt einfach mal so ruhig was macht ihr sterben sterbe ich habe echt jetzt geht er weg ich habe noch gar keinen eingesammelt ich habe keine ich auch nicht ja genau dann hat man locker alle ja alles klar jetzt geht es zurück war ja ganz lustig aber geht es raus jetzt kann ich wieder abbauen das brauche ich jetzt aber auch wieder nicht mehr ja komm hier lang irgendwie ja hier ist der ausgang 30.000 muss ich jetzt echt beeilen und sterbt hier am boot ja ich passen kommen hier kosten stecken ich jetzt mal danke danke was war das was war das nicht gemerkt dass er ich habe kein holz muss das gold haben unser gold ja ich nehme ein paar sachen mit vom bahn die delphine spielen damit übrigens meine punkte ja links 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 da das schon mal richtig jetzt noch ein bisschen nach links klein bisschen so ist okay ein bisschen nach rechts so kannst du fahren ja da kommen beide werte gehen runter aber der rechte wert geht schneller runter jetzt kommt nur dass du dass wir trotzdem ein bisschen weiter fahren können mit dem boot also rechts ein bisschen mehr er macht jetzt auch nicht so einen krassen unterschied mehr aber irgendwo bin ich eben auch noch mit dem boot gefahren da konnte man sogar ein stückchen kann man durch noch einfallen ja ich hätte echt nicht gedacht dass ich immer dich treffe wenn ich davor sogar mein totem benutzt echt ja so dann war das die partie habe ich schon gewundert gemerkt das war die partie ich dachte er hätte ich schon mit der ich dachte auch so was sind das artikeln artikeln ja macht ja ich will mal sagen ja das gold da können wir das gold dann hin packen hinrichten only fabian kennt den joke was patrick meinte müssen wir hinrichten ja guck mal hier war mal die grenze hier ist ja er kommen davon ist die menschen man kann uns schon hier eigentlich so in die richtung gegeben so was waren jetzt der play of the game also im outstand im hoops war auf jeden fall das kario und mvps waren die türen ja ich stehe jetzt schon mit dem kass da wäre ich schon beinahe echt wieder gestorben ja carsten stahl muss ich mal beibringen wie er es hier ist nicht mvg brotter da lag da eben wasser einmal auf dem wasser wasser einmal auf dem wasser ja minecraft für sich auf karsten der schießt sich ab habe ich jetzt nicht so viel von gemerkt ich weiß carsten vor gericht als zeuge habe ich nicht davon viel gemeldet aus fehlern lernt man jetzt weiß ich was die partikeln bedeuten und dass ich nicht im beifahrer auf dem boot schießen sollte dafür ist ja minecraft expo da obwohl es das totem schon seit 2000 versionen gibt das war jetzt nichts neues für mich schon so ähm dann können wir schon mal die planung für die nächste alter ey bubana den scheiß muss ich unbedingt auf screen mal dann aufräumen ähm wer hat denn von euch noch nicht den drachen gesnackt ich ich auch noch nicht auf dem server noch nicht dann können wir uns ja nächstes episode wer hat denn damals mit dem drachen gesnackt äh bubana du und ich aber du hast den zweimal gekillt achso wir haben das archiv mit nicht uff wollt ihr das dann auch nochmal holen ja ich will auch die xp gerne xp allein deswegen den immer zu killen das lohnt sich alter ähm könnt ihr dann gerne machen dann würde ich äh nächste episode mal äh vielleicht das dorf hinten mal ein bisschen wieder anböen ja so ein bisschen mal wieder im dorf drüben weitermachen äh bubana hast du da irgendwie noch weiter gebaut ne ähm willst du dann mit in den drängen klatschen gehen oder möchtest du eigentlich egal weil dann können wir nicht ich finde meine sachen jetzt zurück jo wenn man marsch aktiviert die glocke achso ja wir müssen dann robin hinrichten ne ja robin muss hingerichtet werden für diese tat was meint ihr ja clickbait titel stimmts jetzt ab liscario muss hingerichtet werden weil er deserteur ist das ist irgendwo eine kiste frei tötet die nein das machen wir dann mit unserer hinrichtungsstation ich mach das irgendwann auf screen da klasse musik und als fabi fabi geh weg nein als wiedergutmachung ey ey geh weg da einfach rauskriegste hatte ich nicht noch mehr stuff äh ich hab prismarinen scherben noch eingesammelt ich hab seeteilen prismarinen kristalle smaragd noch nametag noch so mit dem ebogen reparieren hau hau fehlt noch irgendwas ja ich bin zacko äh wo waren nochmal diese dinges hier ich bin zacko achst schaufel und was fehlt dir jetzt alles ne schaufel hab ich gedacht ach ich geb dir einfach alles von mir das hab ich nicht mehr gesehen einfach als wiedergutmachung ich kann dir nichts besseres geben ok danke bitte oder eher gesagt entschuldigung ne hehehe was passiert ähm sticks swings habe ich auch genug wo 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 am bus war heißt es am bus nie am bus in anvil ja ich hab's nicht auf ich hab's auf deutsch aber wenn ich auf deutsch anbaust schreibe kommt auch nicht äh äh hast du schon einen eisenblock gedraftet ne mach das mal dann siehst du das rezept sehe ich das vorher nicht ne ne, sehe ich trotzdem nicht waren das nochmal, ich glaube, waren das 4 Eisenblöcke ähm, 3 Eisenblöcke und äh, 4 Eisen achso, ok so wahrscheinlich, ja, nein komisch, das ist ja nicht ah, jetzt ist er drin, ok ah, nice ne, hab ich nicht boge gemacht ne hm weg geht nee 20 Level hä ok ah rein, Bambus so, nur ein paar Lücken ey, jetzt, jetzt reicht's, Bovana, ja, jetzt reicht's echt ja was macht er wieder da ist meine Schaufel noch, oder meine DIA-Schaufel bohawk alter alter und muss man die jetzt irgendwie mit einer Schere so abbauen ey gott hä, schwert doll das ist das blöd ich reparier das Haus hab ich schön dran gebaut ok, ähm es ist so gut wie neu dann macht Mosterion jetzt die Abmord oh man und dann können wir nächste Episode anfangen weiter drüben im Haus zu bauen äh, also in der Stadt ja, warte, muss hier gerade noch repariert werden hier, also Mosterion vielen Dank fürs Zuschauen abonnieren nicht vergessen liken Glocker aktivieren man sieht sich bis zur nächsten Folge tschüss tschau tschüss 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 tschüss